Hallo hier bei Deutschlandwetter auf diesem Kanal und wie ihr seht, melde ich mich in diesem Video mal aus dem Garten. Wir schauen in diesem Video mal, was uns in Sachen Gewittern mal so anstehen wird. Vor allem morgen, wo dann am Nachmittag im Westen, Nordwesten, ja, sehr heftige Entwicklungen möglich sein werden. Denn morgen wird es auch nochmal sehr, sehr heiß. Wir erreichen Temperaturen bis zu 36 Grad. örtlich auch 38, 39 Grad am Oberrhein, die dann örtlich möglich sein werden. Während wir schon im Norden mit kühlerer Luft zu tun haben, im Norden erreichen wir teilweise auch noch zwar 30 Grad, sind aber 7 Grad Unterschied und die Kalbformen kommen nicht von Norden, die kommen von Nordwesten im Laufe der Nacht dann wahrscheinlich herangezogen. Und morgen kann es dann in den Gewittern das volle Unwetterprogramm geben mit Hagel, Starkregen, Sturmen, auch mal örtlich größere Hagel. Überschwemmungen sind auch möglich. Und natürlich wieder heftige Windböen, teilweise wieder diese Downbursts, diese kalten Wassersäcke, die Runtersacken können auch mit von der Partie sein. Blicken wir mal ein bisschen weiter aufs Wochenende, da haben wir meist ruhiges Hochdruckgewetter, nur im Süden werden dann diese Gewitter aufkommen. Und wir erreichen Temperaturen von 31 Grad im Süden am Freitag, aber auch noch 36, 37 Grad im Süden, bevor dann am Abend dort die heftigen Gewitter aufkommen werden. Dann die nächste Woche, dort könnte es dann nochmal neue Hitze geben, da schauen wir dann in Ruhe in den nächsten Tagen ein bisschen genauer drauf. Wir haben ja noch Zeit, es sind noch Ferien, ab nächste Woche werden dann nur noch wieder seltener Videos kommen, da ich meine Ausbildung beginne. Dort werden dann vielleicht nur einmal pro Woche ein Video kommen und wenn es spannend wird. Beim Wetter in Sachen Gewittern gab es ja dieses Jahr nicht so viel, aber hoffentlich kommt da nochmal was auf uns zu. Ja, morgen habe ich ja gesagt. Hinter dieses Video hänge ich jetzt gleich noch einen kleinen Ausschnitt dran von einem kräftigen Gewitter in Kroatien, vom Aufzug und von diesen schönen Wolfsinformationen, vor allem bei dieser Umgebung dort mit dieser Landschaft. Passt das eigentlich sehr, sehr gut zusammen. Dann sage ich, wir sehen uns im nächsten Video und macht's gut, wir sehen uns, macht's gut. Bis dann, ciao. 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 Bis dann, ciao.